Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder über die großen Schäden berichtet, die vor allem Frost und Unwetter in der heimischen Landwirtschaft verursacht haben. Jetzt gibt es dazu erstmals Zahlen. Die österreichische Hagelversicherung hat bis Ende August 270 Millionen Euro ausbezahlt, fast doppelt so viel wie im Rekordjahr 2012. In Niederösterreich gab es Schäden in der Höhe von 35 Millionen Euro. Ein großer Teil der Schäden geht vor allem auf den Frost im April zurück. Landesweit hat er Schäden von 20 Millionen Euro verursacht. Besonders betroffen war der Wein- und Obstbau. In der Wachau etwa sind bei Temperaturen bis minus 6 Grad zahlreiche Weinstöcke und Marillenbäume abgefroren. Auch im Kammtal rund um Langenlois gab es teils dramatische Ernteausfälle. Im Sommer haben dann Hagelunwetter, Stürme und Gewitter weitere landwirtschaftliche Schäden von 15 Millionen Euro verursacht. Zahlreiche Felder wurden von den Wassermassen überschwemmt. Bei der Hagelversicherung heißt es, dass eine Prämienerhöhung derzeit aber nicht angedacht werde. Man konzentriere sich darauf, mehr Risiken zu versichern, sagt Mario Winkler, Sprecher der Hagelversicherung. So gelte die jüngst beschlossene erweiterte Prämienförderung des Bundes auch für Trockenheit, Sturm und Überschwemmungen. Um die Prämien konstant halten zu können, denkt man seitens der Hagelversicherung auch darüber nach, bestimmte Kulturen wie etwa Marillen künftig auch gegen Frost zu versichern.